Mein Name ist Daniel Tesch, der Direktor des Automobilklubs von Lützeburg. Ich habe mich heute gehört, die Rotary zu inviterieren. Sie sind in der Wehe. So hat das Flottaktion gehört, die handikapierte Kanäle, und auch, wo es noch zu engen Spazierfahrt durch den eislandischen Verlauf hat. Der besondere Clou hierbei war, dass die bedenklichen oder einfach nicht extrem flotten Autos in der Brüche geholfen. Das Aktion wird alle Jahre vom Rotary-Raisort organisiert, die optisch freundliche Unterstützung von den verschiedenen Autosammlern und auch Assoziationen zählen können. Den HCL zu Bach drängen war, ob die flotte Sonde nur mitten bei herrlichem Wiede, so wie auch Pitstopfit-Piloten und Co-Piloten. Bei Kaffee und Koch und die Giel-Engländer rund 200...